Du darfst jetzt wählen zwischen einem solchen Pakt, einem solchen Pakt, dem Pakt oder alternativ das. Das ist aber nur ein. Nur ein dann schon. Das ist ein, eine Töße habe ich nur da, sechs Minuten. Du musst zwei Turniere geben. Die müsst ihr ja ausstopfen. Also einfach zupacken. Das ist von Müller, ein 15-Euro-Gutschein und ein T-Shirt. Danke schön. Bitte da sagen, schnell das Foto, das Blutfoto. Dann zweiter Platz, Bujak Arlin von SC04 Nürnberg. Bleib schön. Danke schön. Du darfst jetzt da aufsuchen? Das ist ja mehr. Das gibt es als Paket hier. Dann nehme ich das. Eindeutig. Dann gemeinsame dritte, Zimmermann Ute von SC04 Schwabach und Gil Bastian von Cefayat in Unterafrop. Da hast du das falsche Wort. Der Basti kommt morgen wieder, da könnte er ihm das geben. Alles ist in Ordnung. Barbara. Was? Bastian kommt morgen wieder, da könnte er ihm das geben. Ja, warte mal. Das schützte. Habt ihr dazu zum, oder ist noch ein Interesse? Warte mal. Ja, super. Warte mal. Vielen Dank.